So, ich melde mich jetzt auch mal. Mein Bruder ist gerade zu Besuch und passt kurz unten auf die Kinder auf. Ja, Emi und Lio hatten gar keinen Bock hochzukommen, beziehungsweise Lio hatte keinen Bock. Ich habe ihn gefragt, ob er mitkommen möchte. Und Emi natürlich auch keine Lust. Emi und Lio sind immer der gleichen Meinung, beziehungsweise Emi ist immer Lios Meinung. Habt ihr Kinder? Ist das bei euch auch so, dass irgendwie die immer die gleiche Meinung haben? Also, die streiten sich schon manchmal, aber bei sowas sind die sich immer sehr einig. Oh, Oh. Oh, INGING. Bis zum nächsten Mal.